Hallihallo, ich nehm jetzt heute mal ne Runde PUBG auf, mal gucken wie es läuft. Vielleicht kommen noch ein paar Folgen mehr, vielleicht auch nicht. Mal sehen wie es den Spaß macht. Oh, du luckst dich dann und dann kannst du unter das Wasser schauen. Und schießen. Und Leute erschießen. Nein, ich kann grad nicht, Schatz. Gibt wichtigere Dinge. So, also. First Person. Machst du schon wieder die Geheimdricks aus oder was? Es sieht aber nicht so super praktisch aus. Es scheint nicht zu funktionieren. Wo brichst du? Unter Wasser. Geht schlecht. Geht halt echt. Du darfst halt nur nicht anfangen zu schwimmen. Ansonsten funktioniert es. Also du gehst in First Person mit V. Also ich kann auch gleich bis V. Du gehst bis zur Hüfte rein. Und dann ducken mit CC. Ihr habt gehört, Giorgio fuhr das beste mit ever. Und wir killen 13 Leute. 13, okay. Okay. Aber nicht mehr. Wenn da noch wer ist, dann führen wir auf. Dann werfen wir uns den Kugeln entgegen. Okay. Gut. Sind wir uns alle einig? Ja, sind wir uns alle einig. Also Spy wollen noch zu den Containers. Zu den Containers oder zu den Lagerhäusers? Also Lagerhäusers. Wollen wir auch zu den Lagerhäusers? Ja, da sind noch andere mit dabei. Das wird ein wichtiges Porno. Ich fliege zu den draußen Lagerhäusers. Ja, ja, lass mich nur alleine. Weil da ist niemand dabei. Danke, lass mich nur alleine hier. Komm halt auch zu den draußen Lagerhäusers. Ja, wie soll ich denn das noch machen? Geht nicht. Ich muss ja alles töten. Jetzt hast du halt mitgedacht. Hier ist ein Auto. Also ich bin mitten in den Containern gelandet. Ihr seid doch hier, oder? Ja, immer der Marco. Ja, ich hole mir jetzt eine Waffe in den drei Lagerhäusern, die ich für mich alleine habe. Ich habe einen ausgenockt. Was hast du schön gemacht? Ich habe... Alter, nehmen doch die Waffe. Der nächste ist schon hier. Gott. Wir sind überall Leute. Ich mag das nicht. Zwei Leute gekillt. Also einen gekillt, den anderen habe ich noch liegen lassen. Das habe ich beide down. Nur noch zehn Schuss. Ist gar nicht so gut. Äh, gar nicht so gut. Ist nett ausgedrückt. Komm mal in deine Richtung laufen, falls ich das... Oh, hier ist einer. Oh, ich habe geschossen. Ähm, hast du was? Ja, ja. Komm mal auch rüber. Ich habe ihn auch gesehen. Der Weg ist falsch. Achso. Killing, killing, killing. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Der ist gestorben. Ich habe nur noch fünf Schuss. Ich muss eigentlich... lieber weg. Was brauchst du denn so? Ähm, 5,56. Hab ich für dich. Ah, hier. Ich sehe ihn laufen. Er hüpft einer oben rum. Ich... Ich schade euch ins Lagerhaus. Bisschen abends. Ja, da rüberkommst du. Du steppst da draußen rum, oder? Ja klar. Soll ich jetzt auch auf... Ja, ne, 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 ne. Ich wollte es nur wissen. Ich bin jetzt bei dir. Drinnen. Ich komme und gebe dir vom 56er 30 Schuss. Hast du... Was, um mich zu dafür... Komm da rein! Geht weg und kurz. Ausgenockt! Nice. Wow, Schocker. Pass auf, das sind Leute, gell? Hast du was anderes außer den Shotgun? Ne, hab ich nicht. Ich kill... Ich kill den, weil ich hoffe, der hat Muni für mich, okay? Ich hab 30 Schuss für dich. Ne, hat er nicht. Vielleicht noch ne andere Waffe. Den anderen haben wir auch nicht getötet. Ich renne doch mal nach vorne zu dem anderen. Komm schnell zu mir, Schatz. Ich hab 30 Schuss für dich. Geh ins mittlere Lagerhaus. Danke. Ja. So, jetzt müssen wir zu Sarah gehen. Okay, lässt du Sarah gehen, komm. Sarah steht hier einfach mitten in den Containern rum. Der Typ hier, entweder ist der schon komplett gemutet oder er hat er absolut gut. Okay, Isna, aber ich hab... Ich hab ähm... 5 Bandagen für dich. Oh, der hat denn ne angeschossene Weste. Mal mit. Also ich kann dir 5 Bandagen geben, Sarah. Ja. Ich kann dir ein First Aid an... Ach, Quatsch, Quatsch, Quatsch. First Aid ist viel zu viel. 2 Bandagen oder so. 5 Bandagen, dann. Ich geboren Helme. Also hier müssen eigentlich noch welche sein. Das... Mal kosten. Okay. Noch ein ganzes Team. Okay. Wer Helm hier rauftrauen sollte. Also schön, Vorsicht. Ich bin oben. Hallo. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Mit jemandemAC da? Hit, jetzt bin ich runter Nokia. Oh ja 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 ja. Tja, w seed呀. ist nichts hatte gesehen es hinter die felsen gegangen sich da zu verstecken glaubt er hat aber auch bald view auf mich und du hast keine andere waffe ich habe ihn noch nicht gekillt ich lege ihn ok kannst du holen hier der da ja genau der beeil dich aber ich hab ihn dann weg von dem ich hab noch keinen platz mehr wir haben wieder zurück ich hab immer noch keinen helm ich brauch jetzt langsam mal einen helm ich hab jetzt nicht geguckt ob der einen dabei hatte ich hab ich denke ich hab nicht ich hab ihm auch sofort ein headshot gegeben und ist gefallen also oben über den berg ist einer gelaufen ich glaube davon ist ein helm ich weiß wo er ist es bei am bein dieses dings da da bei dem bein westen dieser fette kran er steppt her ausgenockt ok braucht ja doch nicht zurückkommen er hat einen helm ach ich nehme ihn gleich ach scheiße ich hab ihm den helm kaputt geschossen ich spürst ja wenn man den helm nehmen will sollte man eventuell dann doch auf die körper schießen ich bin so ein trottel echt liegt am boden er hat noch eine ak dabei gehabt ist er ein scope oder sowas kurz ab ich glaub nicht ich weiß nicht ob das der ist auf den ich geschossen hab vorher oben ich hab mir mal die ak mit also er war noch nicht sofort tot keine muni dafür ich hab ich hab muni ich kann dir da was abgeben dann nur noch den helm hier schnell holen vorne was ist da noch alles nichts gescheites ok ich komm runter kommst du mit mir ich bin eigentlich unter dir aber gut hier ums eck dann sind wir weiter weg ich dropp dir mal hier 50 sehr schön gerne ok gut ich hab immer noch kein scope man ähm keiner hat mich gerade ähm wir müssen los langsam ich hab ein auto gesehen da wo ich gedroppt bin bei den lagerhäusern bei den äußeren war ein auto naja hier vorne steht ein motorrad ich weiß grad nicht ob einer oder äh also zweier oder mehr ich das auto holen gehen ja wir müssen dann zusammen gehen na komm wir müssen schnell auf den stand gucken das ist nur ein zweier im motorrad hier vor ok nice ja nicht nice das ist besser als nichts wir haben ja einen das auto stand zu weit weg schatz da hinten sind andere weißt du wo ich meine ja ja du rennst du willst wieder hinter rennen zu den containern äh zu den klagehäusern und das ist dafür eine zu weit offene strecke schau mal ich hol das auto schau mal bei mir ja das ist richtig ungünstig da vorne hier steht noch ein motorrad super dann kann man das machen ok auf geht's kommt hier ja noch ein zweier motorrad ja bei mir auf geht's ja und let's go ok 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 ich bin ich bin auf mich wird gestossen geht oh beweg dich dann schnell 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 naja immer passiert hier nicht dass ich noch ein flip mache ach du scheiße oh wow 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 ach du scheiße alles gut ok mir hat es nicht gesagt mir auch nicht interessanter weise Das ist jetzt ein Scherz! Wir sind geflogen. Motorrad rollt noch. Oh, es hat mich angefahren. Warte. Okay, ich muss laufen, den Rest. Wieso? Mein Motorrad backt im Stein fest. Ist normal. Okay, komm schnell her. Wir sind eh quasi da. Wir sind doch da! Oh mein Gott, wie du hier bei mir rumfliegst, ne? Oh mein Gott! Ich hab gedacht, ne ne, wie du bei mir rumfliegst, das sieht halt voll nice aus. Schau mal wie ich sitze. Schau mal, schau mal, schau mal. Okay. So, das lass mich jetzt hier schnell stehen. Ich fahr, ich bin mit dem Motorrad umgefallen. Blobs! Was kannst du eigentlich? Elegant wie ich bin. Bleib einfach sitzen. Wie ne? Was? Warum kommt ihr denn wieder hier hoch, man? Zusammen zu den Häusern. Ja, bitte. Da ist immer noch kein Helm, ja. Ich hab übrigens, ich hab noch keinen Helm, Michael. Gut, dass die mir keinen Headshot verpasst haben, eben. Jetzt dicht. Ja. Wollen wir da auch hin? Kommt her. Oh, bitte nicht, bitte. Ja, gleich. Ja, ich seh sie, ich seh sie. Schießen wir? Ja, da ist der. Ja, warte, wenn das steht,cz... Nur einer! Ja, ich hab ihn alles genockt. Aktuell nur einer. Er ist ausgelockt, das heißt, hier muss was sein. Ich glaub, jetzt kommt seine Mates gleich. Komm, wir mit dem Auto. Wart mal hier kurz. Ja, ich sehs. Wir kommen hier bei mir. Oh, 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 wow, aus welcheswir severe fahren wollen! Ich spiele MARY pokon. Der hat ihn mir leckt Einer noch, nur noch einer Hält mir mal Ich seh ihn nicht Der ist hier beim Auto Brauche ich jetzt, brauche ich Mädels Ich hab ihn Acht Kills EIN KILL Ist der gestorben hier Alle looten Wollen wir das Solo nehmen Einen Helm Einen Helm Danke für den Helm Du hast ihn tatsächlich nicht kaputt geschossen Der hat drei Reddots dabei Ah jetzt Kommt bald was nach Er hat ne SKS wenn wer will Ich hab schon ne SKS Er hat noch ein erweitertes Magazin Schalldämpfer für UMP oder so Wollt ihr Reddots? Ne danke Ja ich brauche noch ein Der hat ja noch einer ne 3er Ding Ding halt ne Weißt du? Weißt du? Ne 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 äh Rack Rucksack Ja gut wenn also Könnte ich gebrauchen Ansonsten nehme ich deinen alten Zwei Rucksack weil ich kann keine Muni mehr tragen Okay Hast du schon Extended Quickdraw für deine SKS? Ja 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 Dann schmeiß ich das wieder weg Okay Super geil Alter Nochmal weg Weg Hat jemand ne UMP oder so? Ne Noch kein Bedarf dafür So Rack Grenades von dem mit Brauchst du noch 5,56er? Ja zwingend Zwingend? Na dann bleib doch mal stehen und Achso ja gut ich hätte nämlich auch noch Aber du hast mehr als ich Danke Ich denke er hat jetzt Ich hab ihm 100 Schuss gegeben Das war doch jetzt gut ne Lärft die Leute ja auch nicht verwöhnen Ne Das war jetzt echt cool das haben wir richtig geil gemacht Ich liebe uns Noch jemand AK Munition? Obwohl ne ah stopp ich brauchst du selber ich hab ja einen SGS Ahaha Kein Kommentar Wir sind wieder relativ weit ne Ich würd sagen wir fahren jetzt los Naja wir haben doch den ja auch Wo ist das kaputt? Ne ne ich hab nicht drauf geschossen ich hab nur auf die geschossen und zwar richtig cool Ich bin toll Das sieht gut aus Keine Reiten diese Oh der hat ja noch nen Flash Hider Guck mal Und noch ne 2er West sind angeschossen Ja meine ist auch angeschossen Okay Gut dann Tapp mal durch Mädels Go 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 Sophia hat wieder Lust auf Kuscheln und hat sich gleich in die Mitte gesetzt Ja Hehehe Jetzt ich weiß nicht jetzt klingelt der bald Das Auto ist aber angefragt Ja ja okay dann hab ich's doch getroffen Keine Bisschen Ja aber solange die Reifenlichter kurz sind ist ja alles gut Ich hab auf Distanz mit der SCAR draufgesprayt und ziemlich gut getroffen Ich bin toll Ich bin toll Ne jetzt weiß ich nicht was Oh da ist auch einer Eine Totenkiste Alles klar Wurde auch einer gedutet hier Ja Dieser gelbe Punkt soll dir nur als Orientierung zur Straße helfen? Achso ja 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 Was ist die da noch? Ich will nur Richtung Küste Ja ja gut Vielleicht bleib ich jetzt mal hier langsam auf Straße Auf Straße Die Straße ist aber dumm Auf Sitzvolle Bogen Easy Easy Bogen Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die von der Seite kommen Huiiii Das hat bei mir Bei mir haben wir quasi schon auf der Seite gelegen Das war ein klassischer Fall von Klaus Checkt man das da mal out oder? Bei mir Schaut gut aus Hier oben ist offen glaube ich oder? Ne Bei mir ist zu Alles zu Aber bei einer in der Zone kommt und ich in der Zone kommt Achso ne dann will ich das gar nicht Dann will ich das gar nicht Ja doch Aber ist schön geparkt Oder? Ne 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 ich will laufen jetzt Lass laufen Seid noch nicht gelootet hier ne? Also Aber wir sind doch relativ gut aufgestellt oder? Ja ja eben also ich bin Bei mir passt das Ich bin top equipped Schalldämpfer fehlt mir noch aber sonst Ja ich brauche auch Hier liegt ne Karabiner Ich hab schon Oh er hat sogar ne Karabiner Ja wir haben ja so viele Leute gekillt Wird er denn? Acht Dudes Ah offenes freies Feld Gar nicht so cool Geil schon dass wir hier den Berg rauf gekommen Ja ich wollte gerade sagen So die Hügelchen Frage welche Hügelchen wir jetzt nehmen Ja gut aber jetzt sind wir eh Ganz okay weil Von hinten Ok lass mal schauen ob wir jetzt was sehen können Warte mal ich tue mich schnell hin und nimm den Endert Drink Boah ist das Flugzeuglaufen Boah ist das Flugzeuglaufen Boah wir sind wieder am Arsch der Zone ey Wir sind wieder am weitesten Ja lass gleich mal rüber Lass mal gleich wieder runter laufen Und so Richtung Küste ungefähr gehen Dann mit 2,20 Nicht direkt auf die Häuser zulaufen Sondern eher Richtung Berg Aber so weit weg sind wir ja gar nicht Es geht schon Ne ist halt nur der weiteste Punkt Das heißt Hier hinten über Ja wenn wir hier hinten über den Berg laufen Dann gehts Kommt hier mit oder? Oh Sonnenwälder Genau Ich glaube das relativ nah Jetzt hier aufpassen Jetzt hier aufpassen So spät wie möglich zeigen Den Häusern Hinten runter kommen Hast du ein Scope für deine Kamera? Ja also vierfach Ja cool Wir laufen direkt hin im Dropcar Ja Will eigentlich gar nicht hin Vielleicht können wir hier ein bisschen Weiß es nicht Lass mal zusammen die Situation einschätzen Zeigt euch nicht den Häusern Schatz Zeigt euch nicht den Häusern Schatz Hehehe Sarah Hä? Ach da Ich bin hierbei Ja Lass mal vielleicht laufen wir doch ungefähr Richtung Aber nur ungefähr hier unten hinten hinter den Hügeln bleiben Dass die uns erst so spät wie möglich sehen können Aber hier haben wir echt ne gute Kuhle hier Sind wir eigentlich ganz gut gedeckt Und sind relativ nah Da vorne wär auch ein Boat Ja gut brauchen wir nicht mehr jetzt Steht da vorne was am Strand? Ähm Boat Boat Da vorne fährt ein Auto Da vorne ja Eher zum Drop halt Ne ne Die fahren ein Stückchen weg vom Drop Bleib Bleib mal mal ein Stück Ah das ist blöd Ah diese offene Fläche Ist da noch einer drin im Auto? Ich glaub nicht Das rollen glaub ich nur aus Ich glaub die sind halt zum Drop Wollen wir Links läuft einer von uns Einen Hit drauf Das sind mehrere Einer tot Ich hab einen Gekillt Ja das sind beide tot Okay Schön gemacht Habt ihr gut gemacht Ich hab mal wieder gar nichts getroffen Wir müssen da voll blöd rüber Ne schau mal dass wir da drüben bleiben weil Ah wir laufen halt direkt zum Drop und da werden Leute hier geguckt Aber das ist die beste Sache die wir jetzt machen können Auf mich wird geschossen Ah das dachte ich mir dass die vom Berg runter schießen Lass einfach weiter er hat mich getroffen Wir können uns auch das Auto schnappen Und das ist ne andere Pose hier Ja okay Was ist das hier? Am Buggy Wer das Auto gepack.. äh ins Wasser gepackt hat Wir werden safe Leute sein Fast hinter den Steinen auch Ist er wieder auf uns geschossen? Jetzt sind wir ja drinnen zumindest mal Ja lasst mal lieber Positionen gute finden Gar nicht so leicht ne gute Posi zu finden Ja ich wollte gar nichts sagen Aber nimmt einer einen Felsen mal da vorne Okay Keinen geortet oder der auf uns geschossen hat Nein Können wir jetzt doch alle drei an den gleichen Felsen Wir könnten jetzt einmal da rüber ins Wasser springen und rüber Ja Das mach ich jetzt Okay Ja alles andere ist halt Wasserseite Da ist nochmal ein Drop da vorne Ja ich sehe es im Wasser Also schwimmen wir jetzt rüber Würde ich halt machen Würde ich halt machen Ja Also Hier ist noch ein Drop oder? Ja das ist ein Drop Aber Wollen wir nicht wollen Weil wir nicht wollen Gleich unter Wasser Und schwimmen Also tauchen Tauchen Das hilft auch Die meisten werden halt jetzt schon in Primorsk sein würde ich schätzen Auf jeden Fall sind wir jetzt dann gleich schon mal in der Zone Ich denke so mal ein bisschen an die Luft So atmet sie nicht Nein nicht stehen bleiben Genau Also nicht mehr Sprinten drücken dann Dann wirds wieder voll Also wenn du den Sprintenknopf weg machst Wenigstens müssen wir uns mit dem Circle keine Sorgen machen Mhm Ja aber hier jetzt wieder an Land zu gehen ist halt auch Boah Können wir nur hoffen hören So schnell wie möglich halt Richtung Bügel rennen Na hinten ums Eck am besten Ja hier rechts Wisst ihr rechts ist so ne kleine Kuh das ist Genau Nett da am Berg Oh rechts sind auch schon Schüsse Ja ja Boah vor uns auch So Richtung 105 Osten Oh Aber genau da rennen wir jetzt einfach hin Ja ich weiß Wart mal hier kurz auf euch Weil alle da sind Ja sorry mein Schwimmweg war etwas länger als eurer Ja Hier sind wir jetzt eigentlich schon zu kurz gert Ja jetzt jetzt Genau jetzt sind wir mal leise Ja mag ich Macht mal Macht mal keinen Lärm jetzt Wir sehen wir sind immer im nächsten Circle auch drin Was Was Der muss irgendwo Richtung Küste unten sein Ja ja Steht auch noch im Boot Steht der da so angenehm Das ist auch irgendwann mal von hinten welche kommen werden Also hier der Berg von der Seite wo ich hinschaue Na gut ich deck das mal Möglichst ab Hier bleibt mal Da unten und deck da ab Ich kann gerade einfach drei Drops sehen Und alle sind im Wasser Und alle sind im Wasser So jetzt könnte dann bald was kommen 20 Sekunden bis der nächste Circle ist Pass auf dass du nicht ganz so weit hoch gehst Das ist gut Aber die kann ich jetzt von dahin Abgehen Nächster Circle ist nicht so weit weg von uns Da müssen wir einfach nur so hinter die nächste Kuppe Oder? Ja wirklich ja Ja genau Aber Ja was eigentlich ganz okay ist Also ich schau jetzt mal ob irgendwie hinten hinterm Berg oben noch was ist Ich glaube es wird nicht ganz reichen Ne Aber vielleicht zu den Bäumen Ne die Bäume sind nicht drinnen Also ich hab gehört gell ich check das hier mal aus gell Ja wir haben es gehört Wir haben hier einen schönen Stein glaub ich Ja der Stein ist da Vorsicht die Häuser da vorne Ja ich bin ganz mit dem Stein Ja ich bin ganz mit dem Stein Ja ich bin ganz mit dem Stein Hier ist was Tot War tot Aber schon mal Sarah hier so sind wir drinnen dann Für euch Brauch von euch einer ein 4er Scope Ja ich Also wenn Oder wenn Sophia mir das 2er geben würde Kannst du auch das 4er nehmen Nene Nimm ruhig Gibt's so oft ab Schau mal hier sind wir eigentlich auch ganz gut dabei Hier sind wir drinnen und haben Ja stimmt das war nicht so schlecht Ist echt ziemlich gut würde man sagen Aber wenn wir uns jetzt hier hinlegen dann sehen die uns gar nicht Wir haben nicht mehr viel wenn wir Ich bin hier oben drin Ja wir sind auch drinnen Achso Okay aber dann kann ich euch das 4er Scope es grad nicht mehr geben Wirst du nicht Ja weil ihr weg seid Achso Ich bin jetzt zurück Ja und hol mir das Okay Okay Ja Ich bleib wo du bist Ich bleib zu dir Ich hab halt jetzt die Häuser ganz gut im Blick Hier das Scope liegt Hi Ja Oh hier ist ein schöner Fels Ich seh da unten was laufen Oh ich seh ein laufen Schieß mir Ja Da ist getroffen Auf die sind gut im Ziel Alter auf mich wird geschossen Nö die pushen wir vor gerade Au Echt jetzt ist die Pizza da Ich fass es nicht Ist die da? Ja Ne nicht wirklich ich muss gleich nochmal zur Tür Äh ich seh Was? Links schießt was? Weiß nicht wo der ist Doch, die sind bei den beiden Schrott-Autos Einer ist drauf, ein Hit Einer rennt rüber links Glaub ich der, wer gehittet worden ist Noch ein Hit drauf Ok, ich muss noch mal kurz... 35 Sekunden Einer ist hinter den blauen Containern 3 3 5 5 5 6 Warte, die warten halt unten auf uns, das ist jetzt richtig Assi Deine ist oben bei der Tür, ne? Hab doch, was hab ich gesagt? ihr gesehen? Auf mich wurde geschossen, Vorsicht. Ja, oben auf dem Haus. Ist der der drinnen da unten? Nein. Wir müssen runter, es hilft alles nix. Einer ist ganz close hier. Okay, rechts kommt was. Ja, ich bin outknocked. Rechts zurück, Sarah. Verdammt! Aber gut, wir waren gut. Zweiter. Zehn kills. Die hätten wir noch haben müssen grad. Ich hab nicht mitgekriegt, dass du tot warst. Ich dachte, ach verdammt. Die standen da alle beide. Was? Du hast nicht mitgekriegt, dass Sophia tot ist, oder was? Nee, dass du tot bist. Dass Sophia da unten gegangen ist, das hab ich mitgekriegt, aber die war zu weit weg und auf der anderen Straße. Nee, 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 reviven hätte jetzt eh keinen Sinn gemacht. Also das ist okay. Der ist halt ins Haus rein und hat mich aus dem Hausfenster gleich erschossen. Ach verdammt. Ja, ich weiß ja nicht mehr, wie viele das waren, aber zwei Stück standen da halt direkt ums Eck. Es waren nur noch zwei. Ja, die standen beide da. Hätten wir beide gelebt noch, dann hätten wir... Aber doof, dass der dich durchs Fenster gekriegt hat. Aber schade, zweiter geworden. Cool, sehr gut. Nice, I like it. Okay, ich auch. Wir essen jetzt mal ein bisschen Pizza, aber wir bleiben im Teamspeak, oder? Ja. Okay, bis gleich. Wir sind gleich wieder da. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten jedenfalls super viel Spaß. Zweiter geworden, gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme auch noch so ein, zwei Folgen auf. Vielleicht hat es euch gefallen und ihr schaut wieder rein. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.